So meine lieben Freunde, ja heute mal nicht auf Mindflex oder was weiß ich, wir spielen heute Survival, natürlich ist er bei der Lolligon. Nicht der Lolligon, ja okay, sag, dann bin ich eben der Lolligon. Das ist ein Pilzbium, sehe ich gerade. Ein Pilz? Ich bin ein Pilz. Nein, das ist irgendein Pilzbium. Oh, da sind Schweine, warte, lass uns das jetzt mal töten hier. Ja, wir spielen jetzt hier mal eine Survival-Runde und schlagen uns jetzt hier mal durch Minecraft. Einfach mal durch. Cheetah. Du Missgeburt. Alter, wir sind hier noch am Spawn, wir können hier noch nicht so viel abbauen. Das ist natürlich... Das war der Gnadenschuss. Wo willst du? Ich kann es nicht mehr sehen. Da hinten. Ja, ich hole mir jetzt Holz hier, du. Übrigens, ein wichtiges Thema. Kannst du denn jetzt schon über 15 Minuten aufnehmen, lieber Herr? Nein, aber das mache ich dann wohl gleich. Bekloppt! Du denkst, du denkst, du denkst, du denkst, du denkst. Alter, kaufst du mal her? Ich gucke Pornos. Ah, 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 ah. Jetzt komm, mach mal weg. Klaut einfach die Karre. Falls ihr diese... Oh, jemand kann sich holen. Falls ihr diese hammergeile App auch abfällt. Das ist die Gronk-Stimmen-App. Die heißt einfach nur... Hast du mich jetzt hier reingebaut? Ich will kommen. Ach, Quatsch. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Warte, warte, da kommt noch was. Alter. Riege dich mal ab, Mann. So, ich habe schon ein bisschen Wuhle gesammelt, Alter. Yo, Alter, das würde ich... Klaut! Bleib, 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 bleib. Bleibst du mal stehen? Nasekratz. Nasekratz. Ja, komm, ist gut, Alter. Riege dich mal ab. Wisst ihr, Leute, wir haben vor dem Let's Play noch besprochen, dass wir das nicht zu viel benutzen. Und der übertreibt es direkt und benutzt das einfach so gut bei mir. Warte. Ja, ja, der klappt sich dann noch später noch drauf. Alter. Okay, ich höre jetzt mal wieder auf. Ey, das leckt so krass gerade bei mir. Warte mal. Warte, ja, ich muss auch mal gerade gucken. Das leckt bei mir auch gerade ein bisschen. Alter. Was ist denn mit dem Server los? Weiter geht's. Alter, das... Ich weiß schon, wie die... Alter, das leckt so krass. Warte, wir werden mir bestimmt voll gehatet, weil wir Grund benutzt haben. Nein, Alter, ich weiß jetzt schon, wie ich die Folge nenne werden. Ich auch, ich auch. Hier rumgeschisse, ey, oder sowas. Nee, nee, nee. Was denn da, wenn ich bekomme? Alter, wir sollten mal Cola haben. Ja, dann hol mal ein bisschen Cola. Alter, kannst du mal aufhören? So, Alter. Alter, ich hatte nur noch ein halbes Leben. Alter, ich weiß gar nicht. Wo ich jetzt war. Aber egal. Ja, übrigens, ja, gutes Textilepack. Das ist vom Supreakscrime. Ich hoffe, ich kann es in die Beschreibung stellen, falls ihr es noch habt. Sehr gutes Textilepack übrigens. Ich schreie, glaube ich, in der falsche Richtung. Die Nacht sieht auf jeden Fall... Die Nacht seht, habe ich jetzt redet gesagt? Ich weiß es nicht. Die Nacht sieht auf jeden Fall ziemlich geil aus. Würde ich euch jetzt ziemlich gern zeigen. Nur es geht ja nicht, weil dieses... Verschissenwax-Game das nicht zulässt. Ja, komm, es reicht jetzt aber auch mal. Jetzt immer ohne Witz. Dankeschön. Das ist eigentlich so richtig kindig und so richtig unnötig, diese App. Aber es kam einfach gerade so gut. Gronkh ist nicht kindig. Verpiss dich. Nein, nein, der ist natürlich kindig. Das wollte ich damit nicht sagen. Nee, nee. Geh weg! Mal kriegst du dich aufs Maulung. Ja, warte, darf ich. Können wir mal bitte ganz kurz stoppen, Alter? Es leckt. Okay, meine Freunde, ich würde sagen, das war's fürs erste Video. Wie war's fürs erste, Alter? Das dauert mindestens eine Stunde, das Video. Man, geh mal weg. Und dann würde ich sagen, auf... Sehen wir uns das nächste Mal auf meine Freunde. Ja, haut rein, nix da, ich spiele es hier weiter, man. Dafür bin ich nicht online gekommen. Auf zu, Alter, meine Freunde, ciao! Ja, also, der Happy Noob ist jetzt weg. Ich spiele ein bisschen weiter, habe ich mir überlegt. Ähm... Ha! Der hat aufgelegt! Aus Rache! Ja, 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 ja. Okay, okay, Leute. Dann würde ich mal... Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, was ich zu Philipp meine, ne? Das ist doch was für Wuschis! Und... Naja, bis... Und damit auch Tschüss von mir, ne? Ciao!